Hallo! Heute wird hier eine ganz besondere Sendung sein. Ich bin Johannes der Clown und hab den René hier rausgeschmissen und auf die Sendung jetzt ganz alleine mit der Mara. Heute wird nur über Mainz geredet. Nein, Quatsch! Gude! Zum Eintracht-Podcast. Ganz, ganz ja, Premieren-Setup. Ich muss die ganze Nummer heute moderieren. Der René hat Fensterprobleme, der Marvin ist auf Konzerten unterwegs. Ja, und den Dennis hab ich hier nicht mehr reingekriegt mit meinen Amateurkünsten. Nur zwei Spuren. Und da haben wir gedacht, die zweite Spur, wenn sie sich schon so gut vorbereitet hat, kriegt die Wortpiratin Mara Pfeiffer. Ich begrüße dich recht herzlich hier. Hallihallo und Grüße. Danke für die Einladung. Ja, bitte, bitte. Wir haben jetzt gehört, dass ich so gut vorbereite, da wollten wir es nicht ausfallen lassen. Und deswegen nehm tatsächlich ich auf. Was unsere treuen Hörer wissen, ist ein Wunder, weil ich der am technisch unbegabtesten der Gruppe hier bin. Aber mal gut, wir werden es sehen. Ich hab bei 93 mit dem David auch schon einmal geschafft. Von daher kann es nur schief gehen. Und ja, wenn du schon mal da bist, werden wir natürlich ausführlich über das Spiel am Samstag gegen Mainz reden. Leider müssen wir aber noch was Unangenehmes abhaken, was da am Sonntagabend passiert ist. Wenn ich jetzt hier das nicht moderieren müsste, würde ich eigentlich zum René sagen, ich hab gar keinen Bock, darüber zu sprechen. Naja, ich hab mir so gedacht, dass das so weit schon gekommen ist, durch den häufigen Kontakt mit dem Eintracht-Podcast, dass ich am Sonntag tatsächlich für die Frankfurter gehalten habe und mich das späte Siegtor der Dortmunder negativ berührt hat. Also von daher gesehen kann ich verstehen, dass du erst recht keinen Bock hast, darüber zu sprechen. Ja, ich muss sagen, also das war mit das übelste Spiel der Saison. Zusammen mit Schalke, als wir diesen späten Treffer von Nalde noch kassiert haben. Ich stand mit meinen Kumpels, ich war in Dortmund, deswegen kann ich zu taktischen Dingen nicht so viel sagen, weil die Sicht aus dem Dortmunder Auswärtsblock, die ist für taktische Analysen nicht geeignet. Also das war ein bisschen, man steht dort sehr, sehr flach und kann eigentlich nur sehen, was in der Hälfte passiert, auf die die Eintracht in der zweiten Halbzeit gespielt hat. Aber ich muss sagen, dieses, ja, ich fange mal an vorne, also diese erste Halbzeit, die ersten 30 Minuten waren katastrophal von der Eintracht. Und man hat sich gefragt, wie das sein kann. Also wir haben in der Hinrunde, war es ja so, dass wir zu Hause immer verloren haben, dann auswärts gewonnen. Jetzt wechselt das. Und teilweise mit erschreckenden Leistungen. In Augsburg waren wir klar schlechter. In Stuttgart ist uns nichts eingefallen. Und in den ersten 30 Minuten wirkte das auch in Dortmund so. Und da fragt man sich in der Halbzeit schon, wie das sein kann. Also ich kenne das natürlich und du wirst das auch kennen, wahrscheinlich gerade in dieser Saison, dass es natürlich Mannschaften gibt, die mal drei Spiele hintereinander, da sind die nicht gut drauf und du siehst so eine Abwärtsentwicklung. Was ich bei der Eintracht krass finde, ist, dass das im Wochenwechsel ist. Also du hast so Spiele, du spielst gegen Leipzig so eine intensive Partie und verlierst dann in Stuttgart und dann schlägst du, kämpfst du dich echt zum Heimsieg gegen Hannover und dann in Dortmund in der ersten Halbzeit so aufzutreten. Das ist mir persönlich ein Rätsel. Du meintest, du hast das Spiel nicht gesehen. Ich kann dir verraten, dass es in der zweiten Halbzeit sehr, sehr viel besser wurde. Die Eintracht ist dann rausgekommen und hatte, glaube ich, in der ersten Halbzeit 30 Prozent Ballbesitz. Hat das dann in der zweiten Halbzeit tatsächlich noch so gedreht, dass sie am Ende sogar mehr hatten als Dortmund in der Gesamtwertung. Und ja, die Eintracht macht dann den Ausgleich nach einer Standardsituation, was wir hier in unserer kleinen Familiensendung immer wieder gefordert haben. Der Auswärtsblock ist komplett eskaliert. Also ich war komplett mit Bier vollgeschüttet, hab mit meinem Kumpel Grüße an Julian. Wir haben uns in den Armgelegen ausgerastet, haben gedacht, boah, das wäre echt ein Zeichen, wenn wir hier einen Punkt holen würden. Gerade in Richtung, ja man traut sich es gar nicht zu sagen, in Richtung Champions League. Aber ja, als ich mir gerade das Bier vom linken Arm abwischte, stand es auch schon wieder 2-1 für Dortmund. Da fragt man sich schon, ob es nicht möglich ist, sich nochmal zumindest nach dem Tor ganz kurz zu beruhigen. Gut, die Eintracht hat sich gar nicht bieren lassen, hat weiter gekämpft, hat die eine oder andere Chance noch gehabt und ist dann tatsächlich zum, und da war der Jubel nochmal größer und da war nicht nur mein linker Arm nass, sondern mein rechter, mein Kopf und alles, als dieses 2-2 in der 92. Minute dort fällt, da war alles zu spät. Also, so einen langen und intensiven Jubel hatte ich diese Saison nur bei dem Fallrückzieher-Tor von Aller und bei dem späten Tor gegen Bremen, aber das war schon unvergleichlich. Und in den Jubel rein passiert dann eine Szene, die sich angedeutet hat. Ich muss hier Radetzky auch ein bisschen kritisieren, der völlig ohne Not einen Befreiungsschlag macht, der in der eigenen Hälfte runterkommt zum Dortmunder Spieler, der dann den Eingriff der dann zum 3-2 führt, wo da Costa auch noch das Abseits aufhebt. Ja, wie hast du das Tor gesehen? Ja, ich habe vor allen Dingen, also ich habe die Zusammenfassung dann später gesehen, habe auch gesehen, was Kovac gesagt hat, der auch meinte, also da war quasi, waren die Köpfe nicht schnell genug wieder im Spiel. Eigentlich darf dir das so kurz vor Schluss dann nicht mehr passieren. Also da war quasi gedanklich schon abgepfiffen, aber halt noch nicht tatsächlich. Ja, es gab auch diese eine Szene mit dem Einwurf von Boateng, wo er es am Nachhinein auch erklärt hat, dass er sagte, ja, dass er einfach das Spiel noch gewinnen will. Das kann ich sogar verstehen, weil ich habe auch, ich habe auch noch, ich habe auch zu meinem Kollegen gesagt, eigentlich sind noch zwei Minuten, wer weiß. Dann hatten wir auch noch mal diese eine Szene und dann, wenn so ein Einwurf für dich kommt, dann brandet dir auch noch mal Jubel auf, 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 auf. Vielleicht hat die Mannschaft sich davon auch ein bisschen anstecken lassen, aber nichtsdestotrotz, das muss man verhindern. Das sage ich hier ganz klar, ich war nach dem Spiel sehr, 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 sehr sauer, weil man in Dortmund wird man ja auch noch direkt von den Gegentribünen-Fans wird man auch noch provoziert. Deswegen habe ich nach dem Spiel getwittert, dass meine größte Herausforderung an dem Tag war, ohne Vorstrafe zum Auto zurückzukommen. Kurze Auflösung. Was dir ja offensichtlich gegrügt ist. Genau, ich bin in Freiheit, kein Eintrag, nichts passiert. Der einzige Eintrag bleibt in Österreich. Eigentlich, genau, eigentlich sind wir nämlich heute nur zu zweit, weil wir uns eine Zelle teilen. Ich kann sagen, du hast wahrscheinlich mit Johannes der Clown Geschäfte gemacht und ich habe in Dortmund verprügelt. Nein, auf jeden Fall keine Grüße, keine Grüße an die Dortmunder Fans, die ja eigentlich immer so, die singen dann so schön you never walk alone und bla, bla, bla. Ja, aber die schaffen es, das eine oder andere mal so weit zu provozieren, was lustig war, dass einer der Dortmunder Fans, die Eintrag-Fans, meinte so zu provozieren und einer dann durch die Ordner durchkam und dann plötzlich vor ihm stand und dann ist ihm nicht mehr viel eingefallen und wurde aber auch, da muss man nicht sagen, Respekt an den Dortmunder Ordnungsdienst, da wurde der Dortmunder abgeführt, weil ganz klar ersichtlich war, dass er der Provokateur war. Das ist nur als kleine Randnotiz, macht das Spiel natürlich nicht besser. Mit ein bisschen Abstand, also dadurch, dass wir heute erst aufnehmen, Gott sei Dank, bin ich auch nicht mehr sauer auf die Mannschaft, weil man darf nicht vergessen, wir haben in Dortmund gespielt und in der ersten Halbzeit hat man es gesehen, in Dortmund ist noch viel, viel, viel Sand im Getriebe. Nichtsdestotrotz haben die natürlich überragende Einzelspieler, also die haben Pulisic, die haben Reus, die können noch einen Batshuayi bringen, das ist schon eine Klasse, die hat die Eintracht nicht, gerade wenn du mit Rebic und Allaire vorne zwei Spieler hast, die auch durch die Spielweise natürlich, aber die nicht ganz so im Spiel waren. Rebic ist auch in der Halbzeit ausgewechselt worden, weil er glaube ich auch stark rot gefährdet war, also diesmal war selbst mit Rebic keine Party und ja, aber eigentlich kann man Eintracht das verzeihen, man muss glaube ich das Positive rausziehen mittlerweile und sagen, wir hatten da eigentlich einen Punkt verdient, wäre auch glaube ich nach den Spielanteilen gerecht gewesen, dass am Ende sowas passiert ist, vielleicht Boateng hat es einen Lernprozess genannt, mir fällt es schwer, aber ich probiere es zu akzeptieren, diese Achterbahnfahrt in der Saison hört nicht auf, sorgt aber natürlich dafür, dass ich auch lerne mit meinen Emotionen umzugehen und eventuell auch zu sagen, okay, ja, das war vielleicht tatsächlich ein bisschen Unvermögen, aber auch ein bisschen Pech. Ja, vor allen Dingen, also wenn ich das mal aus der aktuellen Mainzer Sicht rückblickend auf eure letzte und unsere letzte Saison sagen darf, also hattet ihr ja in der letzten durchaus auch Achterbahnmomente, aber auf einem deutlich niedrigeren Level, da befinden wir uns jetzt etwa, von daher gesehen ist das vielleicht zu verschmerzen und im Übrigen, also so groß die Sehnsucht da nach den Champions League, oder sonstigen europäischen Plätzen ist, ich habe ja schon fast wieder geglaubt, das ist irgendwie so Munkel, Munkel, böses Vorzeichen, weil bevor wir nämlich zu diesem, es hat niemals stattgefunden, Pokalspiel in Frankfurt waren, haben die elf Freunde hier Nicole Czernoweski den Eigentorkönig rausgegraben, weil sie das natürlich immer gerne machen, wenn Mainz und Frankfurt aufeinandertreffen und nachdem jetzt am Sonntag hier bei euch Russ das fünfte Eigentor geschossen hat, also nur noch eins von den hier einzigen alleinigen Nino und Kalz entfernt ist, haben sie jetzt heute wieder diese Geschichte ausgepackt, natürlich ergänzt um noch etliche andere Eigentore, aber immer, wenn hier Nicole Czernoweski auf elf Freunde auftaucht, ahne ich nichts Gutes, wenn es dann nach Frankfurt geht, insofern, ja, ist das doch alles genauso geplant gewesen. Ja, das habe ich probiert zu verschweigen, weil ich wollte, aber das ist noch nicht ganz abgeklommen, weil ich habe es oft auch schon hier gesagt, wenn ich Trainer wäre, würde Marco Rus bei mir nicht so oft spielen. Das hat sich in dem Spiel auch wieder gezeigt, weil es ist trotzdem, natürlich ist er Verteidiger, aber gerade in der heutigen Zeit muss ein Verteidiger auch offen spielen. Dann habe ich mich an einen Außenrisspass, der ist meilenweit hoch in Seiten ausgesegelt ist. Also bis der seine Beine sortiert hat, hat eine Mannschaft wie Dortmund sich ganz, ganz locker schon hinten wieder positioniert. Das habe ich in dem Spiel bei ihm, ist mir krass aufgefallen. Ich habe es auch nicht verstanden, dass man ihn aufgestellt hat. Also gegen Stuttgart oder Hannover würde ich es noch nachvollziehen können, wenn du so ein bisschen eine Rotation reinbringen willst. Aber wenn ich weiß, ich spiele gegen Schürrle, Reus und Pulisic da vorne, dann wäre das Letzte, was mir einfallen würde, Marco Rus aufzustellen. Alleine durch Schnelligkeitsdefizit. Ich weiß nicht ganz genau, warum Kovac das gemacht hat. Ich will es mir auch nicht anmaßen, nur eine kleine Anmerkung zu Marco Rus. Ansonsten würde ich dieses Spiel wahrscheinlich auch, ja, außer mit der Erwähnung, ich würde es gerne abschließen, aber ich muss natürlich noch den Guzman erwähnen, der reingekommen ist und sofort präsent war. Also das ist sehr überraschend. Der ist letzte Woche sehr überraschend bei uns reingekommen, hat eine gute Leistung gezeigt und hat das jetzt auch bestätigt. Alleine die Standardsituation von ihm sind immer gefährlich. Wir hatten dann irgendwie, keine Ahnung, gefühlt sieben, acht Eckbälle in der zweiten Halbzeit. Die waren alle einigermaßen gefährlich und ja, vielleicht kann das auch gegen euch ein Stilmittel sein, um jetzt mal überzuleiten, wo wir... Nee, nee, nee. Das haben wir nämlich trainiert. Wir haben im Spiel gegen Schalke so gut wie, glaube ich, überhaupt noch nicht in der Saison irgendwie Standardsituationen verteidigt. Insofern kommt ihr dafür zu spät. Also früher in der Saison wären wir da noch anfällig gewesen, aber jetzt ist da leider nichts mehr zu holen. Da lehne ich mich mal ganz weit. Ich hoffe, du hast es hier mit gejingst. Grüße. Ja, auf jeden Fall. Gut. Also eine kleine Aussicht auf Mainz, was wahrscheinlich auch eher dein Spezialgebiet ist als ein Sonntagsspiel Dortmund gegen Frankfurt. Ja, um meine Gefühlswelt so ein bisschen zu beschreiben, ich habe jetzt auch nicht meine Korrektive hier dabei, René und Marvin, die mich dann immer ein bisschen beruhigen. Ich habe naturgemäß jetzt immer ein bisschen Angst nach so einer Niederlage, weil ich es dann schon kommen sehe, dass wenn du jetzt nochmal verlieren wirst, so eine kleine Eigendynamik kommen würde und ich Angst habe, dass Mainz anders auftreten wird als im Pokal, wo Mainz natürlich uns auch mit in die Karten gespielter, will ich mal sagen. Also ich sage mal so, alle drei Tore wären zu verhindern gewesen und ich rechne nicht damit, dass ihr uns das wieder anbieten werdet. Ich habe das Spiel Damit rechne ich auch nicht. Ich habe das Spiel in den HSV und nicht ganz gesehen, aber in großen Teilen. Ich sage es mal so, ich schwanke zwischen diesem Präventiv-Pessimismus, den ich als Eintracht-Fan sowieso immer habe und gerade nach dieser unglücklichen Niederlage, aber wenn ich es ehrlich sagen darf, so richtig beeindruckend tut ihr mich auch nicht und ich habe noch nicht gesehen, dass ihr den Abstiegskampf so richtig krass angenommen habt, weil selbst der HSV, den ich jetzt nicht ganz so hoch einschätze, war glaube ich an dem Tag ein bisschen besser als ihr oder sehe ich das falsch aus der Ferne? Ja, nö, nö, siehst du nicht, weil die Hamburger waren an dem Tag tatsächlich besser. Das hat aber auch also wahrscheinlich alle, die dieses Spiel gesehen haben und in der Saison schon mal ein Spiel von Mainz oder Hamburg gesehen haben, ziemlich überrascht, inklusive der Hamburger, weil das war von denen also nach ganz, ganz vielen unfassbaren Katastrophenspielen sicherlich mit Abstand das Beste, also dass sie das nicht gewonnen haben. Gut, jetzt gab es mittlerweile den Trainerwechsel, aber also das war sicherlich für die irgendwie ein enormer Fingerzeig. Ich muss aber sagen, also das Hamburg-Spiel ist hier sehr unterschiedlich bewertet worden. Es gab gerade in Fankreisen viele, die es total zerrissen haben und gesagt haben, also wenn man in so einer Situation in Hamburg die drei Punkte nicht holt, dann hat man es so nach dem Motto auch nicht mehr verdient. Das sehe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht so, weil Hamburg ist und bleibt einfach vom ganzen Stadion her wirklich eine Kulisse, die immer in der Lage ist, gegnerische Fans zu beeindrucken. Das ist so. Die Mainzer hatten das Heimspiel davor zu Hause echt die schwere Aufgabe mit Wolfsburg direkt nach dem Trainerwechsel, womit also nun auch keiner rechnen konnte, weil das ja super kurzfristig kam und man sich eigentlich auf dieses Spiel gegen diese Martin-Schmidt-Mannschaft, der ja letzte Saison unser Trainer war, sehr gut eingestellt hatte, haben es da geschafft, also zu Hause den Punkt zu holen. haben dann, finde ich, in Hamburg ja fast noch das Beste draus gemacht. Also das war ein Spiel unter schwierigen Voraussetzungen. Ich habe ein Problem damit und glaube auch, dass das nicht gut ist für die Spieler, dass man mittlerweile irgendwie am 24. Spieltag oder was anfängt, ständig irgendwie ein Endspiel nach dem nächsten zu proklamieren. Ich finde das ein bisschen affig und ich glaube, dass das auch niemandem weiterhilft. Und ich meine, wir haben in Hamburg dann letztlich Am 23. Spieltag wird das nicht gut. Ich erinnere mich ja in den HSV, als er drin geblieben ist. Da haben die irgendwie sechs Spieltage vor Schluss in Braunschweig 3-2-4-0 und hat jeder gesagt, das war es jetzt. Ich glaube, Leute vergessen, dass du auch am, du könntest ja vor dem 33. Spieltag kann man theoretisch noch fünf Punkte aufholen. Also das hat man ja schon alles gesehen. Selbst wenn Mainz jetzt irgendwie, eben, genau. Keine Ahnung. Wie viele Punkte Vorsprung habt ihr jetzt auf dem direkten Abstiegsplatz? Auf den direkten, glaube ich, sieben. Selbst wenn ihr die bis zum vorletzten Spieltag auf zehn Punkte verlieren würdet, hättet ihr immer noch drei Rückstand und könntet ihr das immer noch am letzten Spieltag schaffen. Ich verstehe das auch nicht. Ja, eben. Also ich glaube, dass es niemandem was bringt, weil das so eine Panikmache ist und ich finde, unter den gegebenen Umständen, also die Mannschaft ist zuletzt natürlich verunsichert gewesen, ist ja klar, du hast halt plötzlich irgendwie den Druck, der zunimmt, der natürlich auch von außen wahnsinnig verstärkt wird. Wir haben nach wie vor in Mainz die Situation, dass in vielen Kreisen, aus Gründen, die sich mir auch null erschließen, der Trainer ein total schlechtes Standing irgendwie hat. Es gibt ganz viele Fans, die irgendwie von Anfang an nicht davon überzeugt waren, den zu holen, weil sie es total darauf verkürzen, dass der halt letzte Saison mit der zweiten Mannschaft aus der dritten Liga abgestiegen ist und dass man keinen Abstiegstrainer dann zu den Profis rausholt. Und sie haben in Frankfurt, sie haben in Hamburg, finde ich, am Ende dann halt einfach den dreckigen Kampf angenommen. Ja, also sie haben natürlich nicht schön gespielt und natürlich war das Spiel teilweise dann auch leistungsmäßig eine Katastrophe, aber sie sind nicht zusammengebrochen. Du kannst in so einem Spiel, wo es ja auch für Hamburg um alles geht vermeintlich und wo Hamburg so einen Druck aufbaut und so viele Torchancen hat, kannst du, wenn du plötzlich nur noch zu zehnt bist, halt auch noch 0 zu 4 untergehen. Und sie haben aber dann halt tatsächlich noch den Punkt mit nach Hause geholt und der kann sehr viel wert sein. Also von daher gesehen sehe ich das gar nicht so kritisch, was eigentlich also fast ärgerlicher ist oder bedauerlicher für die Mannschaft ist, dass sie bei Spielen gegen deutlich stärkere Gegner, also das war tatsächlich sogar schon gegen die Bayern so und zwar jetzt halt auch am Freitag gegen Schalke so, eigentlich echt richtig gute Spiele machen, wo man halt auch sieht, also Schwarz will ja eigentlich mehr Ball besitzt. Das ist ja eigentlich, waren wir von diesem lange Bälle hoch und weit nach vorne, waren wir ja weg. Das war ja unter Schmidt ganz stark so ein in Anführungszeichen Stilmittel. Und Schwarz wollte davon ja eigentlich weg und war davon auch ein Stück weit weg und hat aber halt jetzt mal sehr verkürzt gesagt, so seine Methoden nicht schnell genug in die Mannschaft reinbekommen, um tatsächlich auf die ganze Saison diesen Fußball so erfolgreich zu spielen, dass man dann eben die Klasse hält. Also gab es jetzt zwischendurch so diese Umstellung und jetzt am Freitag war es aber halt tatsächlich mal wieder ein Fußballspiel, also wo es auch eben darum ging, was mit dem Ball zu machen. Ich meine, das ist ja auch irgendwie eine Diskussion im Moment generell im Fußball, dass eigentlich keiner mehr den Ball haben möchte und ich freue mich immer, wenn ich das Gefühl habe, meine Mannschaft will mal den Ball haben und umso tragischer ist es, dass man dann aus solchen Spielen nichts mitnimmt, weil man würde sich halt natürlich belohnen, wenn man nach so einem Auftritt in Hamburg dann eben mit einem Punkt gegen Schalke daheim nachlegt, aber das hat leider nicht geklappt. Ja, du wirst es nicht glauben, aber den hätte ich euch sehr, sehr gegönnt, den Punkt gegen Schalke. Allein aus Eigennutz. Ja. Aber es sollte nicht sein. Ich hätte nochmal eine Frage mit einem bisschen weiteren Blick auf Mainz, weil ich es nicht, dadurch, dass ich es natürlich ehrlich gesagt auch nicht so genau verfolge, also wir hatten es bei 93 mal gesagt, für uns ist Johannes der Clown präsenter als alles andere, was in Mainz sonst so passierte. Ich finde... Du hast dich an dem von einem Narren gefressen, habt es echt. Ja, ich kann gar nicht verstehen, wie das nicht schon vorher bei euch krass thematisiert werden konnte. Also als ich den zum ersten Mal gesehen habe, habe ich tatsächlich erst mal geguckt, ob mein Portman noch da ist. Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht, welche Agentur sich gedacht hat, das ist ja wohl ein Schilder-Clown. Also der guckt arg, du bist ja auch wieder die Hände so ausbreitet, also ich vertraue ihm immer noch nicht. Ich finde es halt so krass, dass die Kinder tatsächlich so auf ihn abfahren. Also die Kinder finden den toll. Also ich möchte nicht mit dem allein in einem Raum gelassen werden. Ich war sehr beruhigt, als ich tatsächlich mal irgendwie nur seinem Kopf begegnet bin, also dass man sich ganz sicher sein konnte, der ist nicht echt. Aber ja, also die Kids finden ihn großartig. Ja gut, aber dann ist ja wahrscheinlich der Zweck erfüllt. Wir haben ihn mittlerweile bei 390 auch sehr, sehr lieb. Er ist ein großer Teil unserer Familiensendung. Grüße an ihn. Ich habe ihn leider noch nicht live gesehen. Ich würde gerne mal, als wir uns getroffen haben, jetzt konnten wir uns ja nur kurz treffen in der Halbzeit. Da hatte ich dann nicht mehr die Zeit. Aber nein, aber um auf meine Frage zu kommen, ich finde die Mannschaft, wenn ich die Aufstellung zum Beispiel gegen Schalke mir jetzt anschauen würde, finde ich die Mannschaft gar nicht so schlecht. Also ich weiß nicht, ich finde, Kwai Son finde ich eigentlich ziemlich interessant, den habe ich ein paar Mal gesehen, der ist mir immer so ein bisschen aufgefallen wie ein Stürmer, wo ich denken würde, okay, vielleicht ist der in einem Jahr echt gut. Also klar, der braucht noch ein bisschen, aber das ist zum Beispiel ein Stürmer Uja, hat schon bewiesen, dass er es zumindest könnte. Also das ist für mich jetzt ein Sturm, wo ich sagen würde, das ist jetzt nicht der Sturm eines Absteigers. Dann hast du vielleicht Nigel de Jong, der glaube ich gegen Schalke auch ein ziemlich gutes Spiel gemacht hat, der zumindest von seiner Erfahrung her ja so das Zentrum zumindest dicht machen kann und die Abwehr mit Gebermann und Diallo finde ich auch nicht so schlecht. Also es ist und der Torwart scheint, wie heißt der, Florian Müller? Müller, ja. Ja, finde ich, hat scheinbar auch kein, woher kommt denn in Mainz, dass diese Saison, also der Auftritt, wenn ich es mal sagen darf, hier im Pokal, wo ich Mainz, in Mainz, la la la, hat nicht stattgefunden. Nein, aber wie kommt sowas zustande, weil das scheint ja auch nicht das einzige Spiel gewesen zu sein, wenn du sagst, dass der Trainer kritisiert wird bei euch auch, das wird ja nicht so sein, weil, ja, woher kommt das? Ich finde, du hast das glaube ich im Rasenfunk mal gut beschrieben, dass der Erfolg natürlich auch ein Publikum angezogen hat, die erst dann gekommen sind, die sich natürlich dann an den Status quo gewöhnt haben und jetzt natürlich dann sauer sind. Aber nichtsdestotrotz muss man ja auch sagen, irgendwas muss in eurer Saison, ja schiefgelaufen sein, dass man zumindest, ja, zumindest auch den Trainer gewechselt hat und jetzt immer noch. Nee, haben wir ja gar nicht, vor der Saison haben wir den Trainer gewechselt. Okay, sorry, sorry, kein Problem. das, ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, also ich versuche immer, das nicht zu weit vom Sportlichen irgendwie wegzubewegen. Ich glaube trotzdem, man muss immer diesen halben Schritt zurückgehen und muss sich einfach vergegenwärtigen, dass, also, Mainz 05 halt in den letzten zwei Jahren in und um den Verein herum mit den ganzen personellen Veränderungen eine Unruhe hatte, wie sie hier halt einfach nicht bekannt war. bei Mainz 05 ging die Identifikation im Prinzip immer über Personen in den letzten 25 Jahren und das waren halt Christian Heidel und Harald Strutz und das hat eben, also, da gab es dann eben die bekannte Geschichte, dass Heidel weggegangen ist, dass danach über Strutz immer mehr in Sachen Ehrenamt, doch nicht so ehrenamtlich, vielleicht ein bisschen viel geheilt für einen Ehrenamtler und irgendwann hat der sich dann daran zerrieben gehabt und ist zurückgetreten, aber zu einer Zeit, oder beziehungsweise hat gesagt, er tritt nicht mehr an als Präsident, dann hat man neu gewählt, dann gab es die Geschichte mit dem Kalutzer, ja, also, das war einfach... Kann ich da ganz kurz eine Frage stellen? Also, als Heidel gegangen ist und du sagst, dann ist das Denkmal von Aus welcher Ecke kam das denn dann? Weil da müssen ja, also für mich als Außensteiner wirkt es dann so, dass Leute vielleicht nur darauf gewartet haben, dass Heidel weg ist, um ihn dann auch anzugreifen, weil vorher hat man solche Diskussionen, also zumindest sind die bei mir, sind die nicht angekommen, das muss ja irgendwas sein, wo... Aber, ich weiß, was du meinst, dass diese Diskussionen nirgendwo angekommen sind, weil sie nämlich gar nicht rausgegangen sind aus dem Verein, das war aber immer Heidel, Heidel konnte das. Heidel ist wirklich jemand, der mit den Leuten sehr, sehr gut spricht und der auf Leute eine Wirkung hat. Der ist ja lange, so, ich sag mal, überregional in Fußball-Deutschland unterschätzt worden, allein schon hier wegen seiner, von uns, also liebevoll geachteten Mundart, ja. Ich glaube, das ist auch beim Schwarz teilweise so ein bisschen das Problem mit seinem krassen Dialekt, dass die Leute halt denken, da steht dann nichts dahinter. Also sprich, die Tatsache, dass diese ganzen Themen eben unter dem Deckel geblieben sind, das war immer Heidel. Sowas wie das Tuchelwechsel irgendwie tatsächlich erst bekannt wurde, als es dann quasi soweit war und all diese Sachen. Das heißt, es hat gar nicht mehr primär was damit zu tun, dass in dem Moment, in dem er weg war, dann Leute da waren, die gesagt haben, jetzt fangen wir an, gegen ihn zu stänkern, sondern der eine Punkt ist, Sachen, die er vorher rausgehalten hat aus der Öffentlichkeit, gab es dann eben diesen Filter nicht mehr. Die sind dann eher in die Öffentlichkeit gekommen. Das ist eine Sache. Die zweite Sache ist, sicher gab es auch Leute, die der Meinung waren, Heidel ist irgendwie so ein bisschen sehr, ja, also derjenige, um den alles kreist und jetzt zeigen wir mal, dass wir das auch ohne ihn hinbekommen. Das hat dann nicht an allen Punkten so geklappt, wie die Leute sich das vielleicht vorgestellt haben. und dann ist es so, dass, also die Zeit, in der Mainz groß geworden ist, da konnte man halt Führung auch noch auf eine Art und Weise machen, wie das einfach mittlerweile nicht mehr funktioniert. Also ich glaube, einige von den Problemen, die Mainz 05 in den letzten zwei Jahren hatte, wären auch aufgetreten, wenn Heidel geblieben wäre. Dann wären sie vielleicht kommunikativ besser verkauft worden. Aber es war einfach an der Zeit, dass man den Verein in bestimmten Bereichen halt aufstellt, wie das heutzutage einfach der Fall ist. Ich meine, wir hatten keinen Aufsichtsrat und kein Nix, sondern das war halt einfach ein Vorstand, wo man halt dann irgendwie, ja, so. Ein Autohändler und ein Präsident. Also ich meine nur, ja, auch ohne diesen Abgang war es nötig, da eine professionellere Struktur reinzubringen, um den Verein einfach fit zu machen für die Zukunft. Aber das Ding ist natürlich jetzt mal ganz emotional betrachtet, die Leute, die da jetzt am Ruder sind, also selbst wenn man mal außen vor lässt, dass es jetzt zwischendurch dieses unglückliche Intermezzo gab, also dass es eben mit Kalutzer nicht geklappt hat. Ich glaube, dass wir mit Stefan Hufmann, der jetzt neuer Präsident ist, wirklich jemanden haben, wieder mit der 05-DNA. Der ist ein ganz anderer Typ als Heidel. Der ist auch sicherlich, hat der nicht so krass diese Emotionalität und diese Emotionalität. Wo kommt der her? Also was für ein, was für ein Film? Der hat in Mainz das Nachwuchsleistungszentrum elf Jahre lang mit dem Volker Kersting zusammen aufgebaut. Okay. Und war... Das heißt, der weiß auf jeden Fall, wie es läuft bei euch, sage ich mal. Genau, ja. Also der kennt den Verein, der ist sportlich ein absoluter Fachmann. Der hat einen ganz konkreten Plan davon, wo er hin möchte mit dem Verein, also dass man wieder einfach das mit dem Aus- und Fortbildungs- oder Aus- und Weiterbildungsverein stärkt. Der sagt auch ganz klar, Mainz wird finanziell nie zu den Großen gehören, wahrscheinlich auch nicht zu den Mittleren. Also müssen wir über dieses Thema gehen, auch wenn man Leute verlieren wird, weil die sagen, das ist nicht sexy, wir wollen mehr, wir wollen irgendwie um Europa mitspielen. Man muss Mainz von der Identifikation her wieder dahin bringen, dass man sagt, wir sind einfach nicht der klassische Erstligist, heute noch weniger als damals, als wir aufgestiegen sind, ja, weil ja mittlerweile einfach noch Vereine nachgerückt sind, wie irgendwie Raba, Leipzig und Hoffenheim. Gut, Hoffenheim war schon ja vor uns oben oder beziehungsweise vor unserem zweiten Ausstieg, aber weißt du, also es sind so viele Plätze vorne eigentlich schon weg, also ich verstehe nicht, wie jemand, der Mainz-Fan ist, die Erwartung haben kann, man landet irgendwo auf dem siebten, achten, neunten Platz jede Saison. Und ich persönlich, ich glaube, dieses Phänomen hast du ja auch bei Darmstadt nochmal im Extrem auch gesehen, dass wenn du so krass überperformst, auch wie Bremen das zeitweise gemacht hat, als sie ihn aber auf die Champions League hatten, dass du so eine gewisse Gewöhnung da dran hast und aber eigentlich das gar nicht der Status Quo ist und ich gebe dir da recht, ich glaube, Mainz ist wahrscheinlich auch da, wo es hingehört und ja, vielleicht noch ein bisschen weiter drunter, weil auch oft gut gearbeitet wurde, aber ich glaube, wie du sagst, im Normalfall ist da gar nicht mehr drin. Ich kann das von außen nachvollziehen, ich habe jetzt natürlich naturgemäß zu Mainz nicht das beste Verhältnis, aber wenn ich es jetzt mal probiere, neutral zu betrachten, leisten die ja schon seit Jahren echt gute Arbeit und wenn man ganz ehrlich ist als Frankfurter, haben wir eine Zeit lang wirklich auch neidisch nach Mainz geschaut, zumindest was auch Transfererlöse betroffen hat oder zumindest die Entwicklung von Trainern. Also wenn wir hier mit Funkel, Skippe, Fee und Schaf rumgeeiert haben, hat Klopp und Tuchel und man kann ja sehen, was die erreicht haben, als sie unsere beiden Vereine verlassen haben. Das kann man ja schon also sehen, was da passiert ist. Ja, aber das ist natürlich trotzdem dann eine schwierige Situation, weil wenn es dann die Leute anzieht, die sich an sowas gewöhnt haben, an die Bruchweg-Boys oder was weiß ich was alles, dass das natürlich nicht immer wiederholbar ist, ist natürlich dann wahrscheinlich, führt dann vielleicht zu der Situation, in der ihr euch gerade befindet oder wie? Ja, aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass man jetzt wieder jemanden vorne dran hat, der sich auch ganz klar äußert und der auch ganz klar sagt, das ist der Anspruch, den wir haben können, das ist das, was wir in Sachen Identifikation aus diesen guten Jahren mitnehmen und natürlich wollen wir die Klasse halten, aber wir müssen halt einfach gucken, was geht und was geht nicht. Wir sind jetzt nicht der Verein, der in so einer Situation irgendwie nach der Hinrunde sagt, wir schmeißen jetzt Sandro Schwarz raus, weil wir irgendwie halt uns im unteren Tabellendrittel oder Viertel befinden, sondern wir sagen, das war so zu erwarten, dass das eine schwierige Situation, eine schwierige Saison auch eh immer wird nach einem Trainerwechsel, das ist auch klar und wir müssen jetzt einfach auf Sicht wieder Ruhe reinbringen und natürlich wäre es deswegen extrem wünschenswert, dass wir diese Saison die Klasse halten und dass wir diesen, ich sage mal, Neuaufbau des Vereins, weil ein Stück weit hat der Verein sich komplett gewandelt, dann auch hoffentlich weiterhin in der ersten Liga machen können. Natürlich hast du auch die sportlichen Faktoren, du hast ja vorhin gefragt nach der Mannschaft. Wir haben tatsächlich, das ist zwar immer irgendwie so ein bisschen jammerig, aber wir haben tatsächlich ein bisschen Problem einfach auch mit den Verletzungen gehabt. Also es ist sicherlich für die Mannschaft auch im Sinne von, wer läuft irgendwie vorne weg, ja, und wer ist irgendwie so ein bisschen Führungsspieler, schon ein herber Verlust, dass wir die Saison im Prinzip in beiden Teilen ohne René Adler machen mussten. Dann hast du so eine Situation wie vor dem Pokalspiel in Frankfurt, ja, dass also Robin Zentner nicht spielen kann und das Spiel kam meiner Meinung nach und da würde wahrscheinlich heute in Mainz auch keiner mehr widersprechen, veradle einfach noch zu früh. Aber wenn du die Situation hast, in so einem entscheidenden Spiel wieder zurückzugehen ins Tor und wenn der Trainer dich fragt, packst du das schon oder sollen wir es irgendwie anders lösen, dann sagst du doch natürlich gerade als Torwart, eh, ich kriege das hin. Und dann passiert dir halt so ein Wurstspiel. Also ich möchte auch nicht wissen, was das mit einem Spieler wie René Adler, der ja nun halt auch zu der etwas gescheiteren irgendwie Kategorie gehört, macht, ja. Also das zieht dem wahrscheinlich halt erstmal irgendwie komplett den Stecker. Und so haben wir mehrere Unglücksfälle, auch dass Bergren so viel ausfällt. Ich meine, Bergren, finde ich, ist ein wahnsinnig guter Stürmer und auch einer, der uns in der jetzigen Situation echt super hilft, weil er einfach eine starke Physis hat, weil er einfach in der Box irgendwie sich gut bewegt. Aber auch der hat halt immer wieder diese Ausfallzeiten. Seine Verletzung ist jetzt auskuriert, dann spielt er, dann ist er wieder krank, dann fällt er deswegen wieder aus. Also es ist so ein bisschen schwierig, selbst vor dem Schalke-Spiel. Dann hast du den Balogun, der ist gelb-rot gesperrt, klar, das kann mal passieren. Dann fällt der Donati noch kurzfristig aus, dann musst du da plötzlich irgendwie den Unisivo reinbauen. Also es fehlt so ein bisschen an verschiedenen Ecken und Enden so das Quäntchen Glück im Moment. Es gibt so viele Spiele, wo du so denkst, so die eine Situation hätte auch einfach mal für uns ausgehen können. Das kenne ich. Und dann holst du den Punkt, ja. Ja. Und das ist aber so dieses, ich meine Phrasenschwein und so weiter, aber hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß, stehst du da unten drin, laufen diese Sachen genau immer gegen dich. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, Ich habe das Gefühl, die Mannschaft hat sich, seitdem sie ja eigentlich also für irgendwie alle total überraschend dieses Auswärtsspiel in Berlin plötzlich gewonnen haben, ja, 2-0 auch noch, also 2-0 und selbst zwei Tore geschossen und das irgendwie nach den Katastrophen, die da vorher passiert sind und das erste Spiel seit fast einem Jahr, was auswärts gewonnen wurde. Und seitdem lief es ja. Du hast jetzt natürlich gegen Schalke verloren, also hast die Serie mit dem Ungeschlagen, seitdem irgendwie unterbrochen, aber auch mit einem Spiel, aus dem du total viel positiv mitnehmen kannst. Und du sagst vorhin, du bist Zweckpessimist, ich bin jetzt mal vorsichtig, optimistisch in Bezug auf Freitag, aber auf Samstag, aber das ist ein Spiel in Frankfurt, wo definitiv was gehen kann für Mainz. Und Nigel De Jong noch hast du angesprochen, ich fand beispielsweise, also als der kam im Winter, hat er direkt ein paar Spiele gemacht, wo er so angedeutet hat, was er für die Mannschaft machen und sein kann. Hat zwar direkt im ersten Spiel super unglücklich einen Elfmeter verursacht, aber trotzdem hat man gesehen, okay, das ist eben auch einer, der geht vorweg und der kann auch mal den Unterschied machen. Und dann wurde das bei dem echt auf so eine Art und Weise schläfrig und nach dem Spiel aber, sorry, teilweise auf eine Art und Weise fast schon, also aus meiner Sicht großmäulig, wo ich so dachte, also das brauche ich jetzt irgendwie auch nicht, ja, dann bring das doch mal auf dem Platz, was da irgendwie hinterher in die Mikros irgendwie rotzt und ich weiß nicht, was jetzt genau der Grund war, warum er jetzt zuletzt irgendwie zwei, dreimal auf der Bank gesessen hat, aber Fakt ist, also er hat dann plötzlich nicht mehr gespielt und das hat sich, muss man sagen, echt gelohnt, also weil das Spiel jetzt gegen Schalke, wo er plötzlich wieder auf dem Platz stand, das war also grandios von ihm, also wenn der so den Rest der Saison spielt, dann kann man echt nur den Hut davor ziehen, dass Schröder den nach Mainz geholt hat. Ein kleiner Weckruf, ich mag eigentlich solche Spieler, wir haben ja mit dem Prinz noch eine Deluxe-Ausgabe von ihm, zumindest Fußballerrecht ist ja glaube ich einen Tanken besser, aber ja, das könnte, also gefühlt, ja wie gesagt, deswegen bist du ja, weil du Expertin bist, aber gefühlt für mich als Mainz-Laie könnte er zum Beispiel so ein bisschen der spirituelle Kicker für euch sein, im Gegensatz zu Wolfsburg vielleicht, also wieso ich das jetzt sehe, wenn ich es jetzt realistisch einsetze und wir haben ja uns vorhin geeinigt, dass wir nicht zu früh hier Schlüsse ziehen wollen, aber es, wie es momentan, sagen wir mal, aussieht, das könnte ja ein Battle um die Relegation mit Wolfsburg sein, mit euch und ja, das Restprogramm finde ich ein bisschen ähnlich, was ihr habt und ja, was könnte denn für euch den Ausschlag geben, also hast du, du hast gesagt, du hast das Gefühl, die letzten Spiele war es besser und du hoffst, dass ich das am Samstag fortsetze, ich natürlich nicht, muss aber sagen, nach dem Samstag wünsche ich euch alles Glück der Welt, also um das hier mal ganz klar zu stellen, mir ist es 8000 Mal lieber, wenn Mainz drin bleibt, als wenn Wolfsburg drin bleibt, das ist glaube ich auch für den einen oder anderen keine, das ist vielleicht aber auch keine Überraschung, glaube ich, für den einen oder anderen und ja, ich habe durch deine Ausführung so ein bisschen Angst vor Samstag, noch mehr, weil ja, solche Spiele können auch immer in der Eigendynamik sein, ich weiß ja, wie die Eintracht ihre Spiele manchmal entscheidet, das sind viele glückliche Situationen auch, das muss man einfach sagen, die Eintracht hat jetzt durch ein Glückstor von Dortmund, das kann man auch nicht anders sagen, in Dortmund verloren, hat aber natürlich auch im Pokal gegen euch zum Beispiel, die Tore waren von uns auch nicht rausgespielt, also die Eintracht ist auch oft auf solche Tore angewiesen, ich hoffe, dass es am Samstag auch wieder so sein wird, weißt du, kannst du mich schon ungefähr sagen, mit was für einer Aufstellung ich hier auftreten werde, damit ich das gleich an Niko Kovac weiterleiten kann? Also, muss man sehen, denke ich, wir haben jetzt, also Balogun, der zurückkommt, Donati wahrscheinlich auch, es ist aber so, dass die Pressekonferenz vor dem Spiel bei uns auch immer erst Donnerstag ist, das heißt, ich kann dir noch nicht genau sagen, wer wieder im Einsatz ist, ich habe gesehen, in den sozialen Medien, dass Bergkren wieder mittrainiert hat, ich hoffe, dass wir auf den irgendwie wieder setzen können, aber also, ob jetzt beispielsweise, ich meine gut, Nigel de Jong hat sich natürlich schon empfohlen mit seiner Leistung, um in der Sechserkette drin zu bleiben, aber, und wenn er vorne spielt, dann ist natürlich wahrscheinlich, dass Jebamard dann in der Innenverteidigung mit dabei ist, also, weil den nicht aufzustellen, wäre ja fahrlässig, aber es ist noch, ich sage mal, 24 Stunden zu früh, um es genauer zu sagen, ich gehe davon aus, dass Müller natürlich im Tor bleiben wird, also, es ist jetzt so, dass es keine Zusage so für den Rest der Saison gab, aber dass man natürlich auch sagt, man wechselt jetzt auf dieser Position nicht irgendwie ständig und ich könnte mir vorstellen, also, wenn Berggren fit wird, dass Berggren eher wieder in der Startelf stehen wird als Uja, ich finde zwar, Uja hat das irgendwie, also, der hat so wacker gekämpft, ja, das ist so einer, wo man auch gemerkt hat, der hat sich eingesetzt, aber Berggren hatte schon noch eher so das Spielglück dann auch bei seinen Einsätzen, also, wenn der wieder fit wird, würde ich damit rechnen, dass der spielt und, also, dass er mindestens, wenn er dabei ist, halt von der Bank kommt. Ja, was ein interessantes Duell werden könnte, ist Boateng gegen De Jong, also, wenn die zwei im Zentrum ab und zu aufeinandertreffen, ja, das könnte in einer kleinen Discoschlägerei enden vielleicht. Ja, ich hoffe genau, dass, also, sollte es so kommen, dass De Jong dann vorher noch mal ins Gebet genommen wird, was hier irgendwie so, ja, also, ich brauche keine Discoschlägerei, ich würde das Spiel gerne zu elf beenden, aber, ganz kurz mal noch einen Halbsatz zurückgesprungen, weil du vorhin gefragt hast, was den Unterschied machen könnte zwischen uns und Wolfsburg, ich glaube tatsächlich, also, so fußballromantisch sich das anhören mag, am Ende der Zusammenhalt, weil, wenn du dir anguckst, irgendwie Wolfsburg, also, mal wieder mit dem 47. Trainer der Saison, der aus Gründen, die sich mir irgendwie nicht erschließen, was ich, glaube ich, schon häufiger gesagt habe heute, die Fans total gegen sich hat, also, die Fans haben beim Heimspiel ja den Labbadia fürchterlich irgendwie ausgepfiffen und ausgesungen und ich glaube, dass es in Mainz tatsächlich gerade jetzt den Unterschied machen kann, dass wir wieder mehr zusammengerückt sind und jetzt könnten dann auch die Spiele kommen, wo es sich ausbezahlt, dass man eben an dem Trainer festgehalten hat, einfach, weil die Mannschaft auch merkt, sie kann sich drauf verlassen, ja, also, es ändert sich jetzt nichts mehr irgendwie bis zum Ende der Saison und davon kann man ja jetzt dann hoffentlich ausgehen. Witzig denn dieser neue Zusammenhalt, den in Mainz gab es ja auch, glaube ich, in den letzten Jahren schon, Mainzblatt 1 und so, also dieses so Bremen-Light, vergleiche ich das immer so ein bisschen, dass man zumindest sagt, okay, wir ziehen jetzt alle zusammen durch und pfeifen uns nicht gegenseitig aus. Glaubst du, das wird man auch in den Zuschauerzahlen der Auswärtsfans sehen oder traut ihr euch immer noch nicht in den Stadtwald? Also, ich sage es mal so, als sich das letzte Mal sehr viele Leute dahin getraut haben, hat es ein nicht besonders gutes Ende genommen und die Situation oder die Atmosphäre zwischen Verein und Fans ist auch noch nicht wiederhergestellt. Also, ich meinte jetzt tatsächlich erst mal den internen Zusammenhalt, also Mannschaft und Trainer und eben das, was so an Vereinen drumherum ist. Es ist hier noch so ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, inwieweit man das in Frankfurt tatsächlich mitbekommen hat. Wir hatten ja nach dem Frankfurt-Spiel, was ja auch schon in die Fastnachtszeit gefallen ist, hatten wir ja das Auswärtsspiel in Hoffenheim, wo dann auch, also, ja, für Mainzer Verhältnisse sehr viele Fans auswärts mit dabei waren, auch wieder in voller Fastnachts-Montur und das Spiel, ja, hat ja einen nicht so wundervollen Verlauf und irgendwann haben die Fans dann angefangen, so ironisch, spöttisch irgendwie zu singen und dann gab es am Ende die Entscheidung, sei es von der Mannschaft oder von der sportlichen Leitung, war irgendwie so ein bisschen unklar hinterher, aber auf jeden Fall ist die Mannschaft nicht in die Kurve gekommen und das hat für sehr große Verstimmungen gesorgt und für noch viel größere Verstimmungen hat gesorgt, dass es dann hinterher so einen lapidar seltsamen, offenen Brief gab, vermeintlich von der Mannschaft, also die wird ihn aber sicherlich nicht diktiert haben, wo es dann irgendwie so hieß, so Spott ist irgendwie nicht das, was wir jetzt brauchen können und wo dann viele Fans so das Gefühl hatten, sie werden jetzt dafür verantwortlich gemacht, dass da die Punkte nicht geholt wurden oder dass es gerade nicht so läuft und ja, das hat hier zu einem ziemlichen Huddel geführt, weil gerade die Szene dann gesagt hat, also man erwartet jetzt ehrlich gesagt vom Verein schon auch mal so ein bisschen, dass die sich hinstellen und sagen, das war Mist, was wir da gemacht haben, tut uns leid, der Verein sagt, entschuldigen, hm, das ist irgendwie auch doof und viele von den Fans außerhalb der Szene sagen, was spielt die Szene sich da so auf und will eine Entschuldigung, was glauben die, wer die sind und vergessen dabei aber vielleicht auch so ein bisschen, was die Szene die letzten Jahre, als hier alles im Argen lag, geleistet hat, also Stichwort irgendwie 100 Prozent Einsatz für unser Ziel und zu Jürgen Klopp irgendwie nach Liverpool fliegen und sich da irgendwie Glückwünsche oder beziehungsweise Anfeuerung für den Abstiegskampf abholen und so und da ist im Moment so ein bisschen, sind so ein bisschen Gräben aufgebrochen, die es sicherlich unter der Oberfläche schon eine Weile gibt, aber die so ein bisschen zugeschüttet waren. Es ist ein bisschen eine undankbare Situation, die in dieser Situation so schnell wie möglich aber halt auch authentisch und nicht nur so drüber gewischt irgendwie wieder in den Griff zu bekommen. Also es wird natürlich besser mit jedem Mal, wo es auch, ich sag mal, spielerisch zu erkennen ist, dass die Mannschaft sich reinhaut und die Stimmung am Freitag im Stadion war sehr den Spielern zugewandt, weil man einfach gemerkt hat, dass sie alles tun. Ich hoffe, dass so diese Annäherung, die dann mittlerweile wieder stattfindet, tatsächlich so nicht abreißt, weil das wäre natürlich das Letzte, was wir im Moment gebrauchen konnten. Also man hat es so ein bisschen mitgekriegt, nach dem Spiel, nach dem Pokalspiel gab es ja auch, meine Lieblingsszene ist, als dieser traurige Klon so aggressiv geschaut hat und die Mannschaft da geschrieben hat. Das war ein ganz, ganz hervorragendes Spiel. Ja. Ja, das ist sehr interessant, weil das habe ich hier gar nicht so krass mitgekriegt, dass es so ein bisschen Trouble gab, ist auch in Frankfurt angekommen, aber dass es jetzt schon so Ausmaß hat, dass da so Briefe geschrieben werden, dass es noch nicht bei mir ankommt, ist sehr interessant. Eigentlich kann ich aus deinen ganzen Ausführungen so ein bisschen ablesen, ja, meins ist irgendwie ein ganz normaler Verein geworden. Also es ist nicht mehr dieser Hushibushi, Glücksbärchi und wir feiern alle und haben uns alle lieb, Klub, sondern das ist so ein bisschen, ja, so ein bisschen in der Realität teilweise angekommen, finde ich. Also, wenn es auch Ja, ich glaube auch. Die Fanproblematik gibt es ja mittlerweile, beobachtet man ja überall. Das ist, glaube ich, so ein bisschen ein Trend gerade. In Hannover ist das, glaube ich, am schlimmsten. Ja, ja, auch das war letztens genau, ja, Thema im Rasenfunk, also Hannover, auch Wolfsburg, die Wolfsburger haben ja auch, ich bin dann immer so totlachen, Entschuldigung, aber ja, Wolfsburg hat irgendwie leidenschaftliche Fans oder begeisterungsfähige Fans suchen leidenschaftliche Mannschaft oder irgendwie sowas. Also die haben da so ein Spruchband ausgerollt nach dem Spiel, wo ich so dachte, dazu äußere ich mich. Das habe ich schon oft getan und bin auf den Schubs damit getreten. Keine Ahnung, ich will mal ein bisschen, die Eintracht eingehen und dir ein bisschen so zeigen, wer euch erwarten kann. Ja, bitte. Auch wenn er diesen Fehler gemacht hat, Radetzky wird wahrscheinlich bei uns im Tor stehen. Jetzt mache ich mal die Aufstellung, weil bei uns kann sich auch noch nichts rauskristallisern in der Woche. Ich würde den Herrn Russ wieder rausnehmen und würde mit der Dreierkette Salcedo, Hasebe, Abraham spielen. Dann würde ich mit Chandler auf links spielen, dann würde ich Wolf auf rechts ziehen wieder, weil er gefällt mir irgendwie ein bisschen auf den Außen, gefällt er mir besser. Er wurde jetzt in der letzten Zeit nochmal wieder ins Zentrum gezogen, da hat er auch seine Qualitäten, aber so wirklich geil, wie er dann auf den Außen gespielt hat, war er nicht. Deswegen würde ich das wieder probieren, ihn da rüber zu ziehen, weil dann hätte ich auch nämlich vorne Platz, ja so ein bisschen aus der Versenkung, er hat jetzt zwar Grippe gehabt, glaube ich, aber Marco Fabian ist glaube ich so ein bisschen, ja was heißt der Hoffnungsträger, aber es könnte noch so ein neues Element sein, was ins Spiel kommt und irgendwie, ja hat man das im Gefühl, dass er überraschend in die Startelf rutschen könnte und mit, ja ich weiß nicht, mit Boateng vielleicht so eine Zentrale bilden könnte und Fernandes dahinter, ja die so ein bisschen Präsenz hat. Du hast dann quasi Fernandes auf der Sext, Boateng und Fabian, auf den Halbpositionen vorne. Ja, das würde vielleicht unserem Spiel auch mehr ein bisschen mehr Dynamik geben, als wenn du dann Hasebe und Wolf im Mittelfeld noch hast, weil Fabian kann immer besondere Situationen kreieren und in Dortmund hast du krass gesehen, dass Boateng, ja das war wie so der Papa, also das war wie der Papa, der mit seinen Kindern in den Park geht und spielt und alle suchen immer den Papa, weil die wissen, der Papa kann den Ball am besten stoppen. Hier der Papa spielt den Ball und der Papa schirmt erstmal den Ball ab, dann schaut er sich um, sagt den Kindern, wo die hinrennen sollen, die stoppen dann ganz aufgeregt den Ball und probieren den Papa zu beeindrucken. Ich hoffe, dass so ein bisschen, ja, dass Boateng so ein bisschen die Entlastung kriegt und einen kreativen Spieler neben sich hat, weil Fabian und Boateng könnte ein sehr interessantes Mittelfeld werden. Mascarell muss ich kurz einwerfen, die Verletzungen, wie ich das übrigens bei Abraham auch vorausgesagt habe, ist es auch hier eingetreten. Wenn bei der Eintracht eine kleine Blessur auf der Fußwurzel ist oder sonst irgendwas, ja das kann ausgehen, dass das Minimum vier Wochen länger dauert, als die Eintracht das am Anfang kommuniziert. Das wird auch hier der Fall sein. Der ist für das Mainz-Spiel auch noch kein Lings. Ich glaube nach der Länderspielpause, ich glaube nach unserem Spiel ist Länderspielpause, richtig? Ja, genau. Da wird das wieder ein Thema sein. Deswegen würde ich hier mit Fernandes gehen, weil er so ein bisschen, der hat jetzt nicht die krassesten Qualitäten nach vorne, aber er ist zumindest 90 Minuten immer konzentriert gewesen und dann hast du so ein Mittelfeld, wo du so die Mischung aus Kreativität und Durchschlagskraft hast und jetzt kommt die spannendste Frage für mich vorne und da ich jetzt hier alleine bin, wird mir wahrscheinlich keine weiter sprechen, auch wenn es viele gerne tun würden. Ich würde mit Rebic und Allaire weiter vorne spielen, auch wenn beide in Dortmund sich jetzt nicht von ihrer allerbesten Seite gezeigt haben. Also Rebic muss scheinbar, ich habe es nicht gesehen und so ein Spiel kann ich mir auch nicht mehr in der Zusammenfassung anschauen, wenn ich es schon geschafft habe, ohne Vorstrafe zum Auto zu kommen, dann kann ich mir nicht noch die Zusammenfassung anschauen und das, ja, um das wieder aufzureißen. Aber ich muss, ich habe gehört, dass er sich in der ersten Halbzeit vorne, das war nämlich auf der ganz anderen Seite, ein Foul geleistet haben muss, was eigentlich rotwürdig war. Und diese undisziplinierte Daten hat er immer drin. Also, ich bin der allergrößte Rebic-Fan und der ist mein Lieblingsspieler eigentlich aus dieser Mannschaft. Deswegen habe ich immer so ein bisschen die Hand drauf, aber ich kann auch verstehen, wenn der eine oder andere sagt, die würden ihn jetzt gerne mal nicht sehen, weil du weißt halt auch nie, ob er das Spiel zu Ende macht oder irgendwie mit dem Schiedrichter sich anlegt oder mit dem Gegenspieler und irgendjemandem auf den Schlappen tritt. Deswegen glaube ich, dass es hier viele geben wird, die fordern, dass Jovic für Rebic spielt und auch vielleicht Allaire sogar ersetzt wird. Da ich jetzt hier aber alleine bin, sage ich... Jovic kam rein in Dortmund, ne? Genau, und hat dann gleich auch den Ausgleich gemacht. Genau. Ja, kann ich verstehen, wie die Leute das fordern. Ich persönlich würde trotzdem an Rebic und Allaire festhalten, weil ich glaube, dass die eure Abwehr ziemlich gut beschäftigen können und für mich sind die beiden trotzdem die perfekte Kombination. Weil du hast einmal diesen bulligen Mittelstürmer, der echt schwer zu verteidigen ist. Ich weiß nicht, ob du das Tor gesehen hast von Allaire in Wolfsburg, als er den Ball mit dem Rücken zum Tor hielt. Ja, in der Zusammenfassung auch. Das konnte der Verteidiger gar nicht verteidigen. Also das kannst du gar nicht. Ja. Kannst du nicht mal sagen, der hat einen Fehler gemacht. Dann hat der, finde ich auch, dass er gut den Ball hält. Der ist momentan so ein bisschen, ja, ist in der Formkrise, aber auch auf ihm würde ich gerne die Hand halten. Kann aber natürlich verstehen, wenn es jetzt Reaktionen gibt, die sagen, die würden gerne wechseln. Ich finde aber, dass wir mit dem aktuellen Spielermaterial einfach keine bessere Kombination haben zwischen diesem wuseligen, geisteskranken Ribic und dem eher introvertierten Allaire, der vorne irgendwie seine Präsenz zeigt. Würde ich daran festhalten, den einzigen, den wir noch haben, der vielleicht auch wieder in die Mannschaft rutschen könnte, statt Fabian in Skacinovic. Weil ich schon glaube, dass nach dem Dortmund-Spiel Kovac den einen oder anderen wechseln wird. Und dann haben wir natürlich noch die Möglichkeit, auch de Guzman reinzutreten für Fernandes. Das heißt, wir sind in Frankfurt echt in der Position, dass ich jetzt, wenn ich mit dir über die Aufstellung rede, keine Angst habe zu denken, oh Gott, wenn der sich verletzt, dann muss der spielen. Wir hatten hier früher, ich erwähne es immer wieder, Lanik, Flum, Injowski. Sobald sich irgendwie Rod oder Schwegler verletzt haben, war es eigentlich schon, da konntest du schon das Spiel, brauchst du gar nicht anpfeifen. Mittlerweile sind wir in der Position, dass Leute wie Stendera und Barkok nicht mal mehr im Kader sind. Und das ist für die Spieler schade, für mich als Fan ist es gut, weil ich nämlich zum Beispiel weiß, wenn Kovac jetzt wirklich sauer auf Ribbic ist und mich enttäuscht und ihn nicht stellt, weiß ich, dass jemand reinkommt, den ich trotzdem auch verkraften werde. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, auch das Gute bei der Eintracht, dass du zum Beispiel beim Hannover-Spiel, haben wir es gesagt, und ich kann mir vorstellen, dass es gegen Mainz ähnlich wird, dass Kovac gesagt hat, vom Hannover-Spiel, Hannover kommt hier mit Handwerkern hin, da will ich auch Handwerker drin haben. Und ich glaube, dass Mainz ein ähnliches Spiel sein wird. Das kann wirklich sein, dass wir dann auch mit einer Doppelsechst, der Guzman und Fernandes spielen und Hasebe noch dahinter und dann zu sagen, okay, wir haben die Stabilität und wir nehmen den Kampf, den ihr uns wahrscheinlich bieten wollen werdet. Komische Formulierung jetzt, aber, dass wir den annehmen können, weil das war nämlich gegen Hannover so. Ich glaube, Hannover hat so ein bisschen darauf spekuliert, dass wir das Spiel machen und sagen, und dass sie uns auskontern können, aber die Eintracht hat eigentlich dann genauso gespielt wie Hannover und hat einfach ein Tor gemacht nach einer Standard-Situation. Und ich glaube und befürchte und hoffe eigentlich auch ein bisschen, dass das gegen Mainz ähnlich wird und ich will einfach nur irgendwie auch wieder nur 1-0 gewinnen, damit wir wieder vorne drin sind und ohne Druck nach Bremen fahren können. Aber nee, nein, das sehe ich überhaupt nicht so. Also ich bin da komplett anderer Meinung, weil ich möchte nämlich gerne punkten am Wochenende und ich möchte, dass ihr mit Druck nach Bremen fahrt, weil also so gerne ich Bremen an sich ja mag. Ich bin immer noch also so sicherheitshalber dafür, dass alle, die es theoretisch noch erwischen könnten, erstmal so wenig Punkte wie möglich holen, damit wir da nicht irgendwie abschmeiden. Er hätte die aber gegen Mainz in Vorleistung gehen müssen, das tut mir leid. Ja, ich weiß, das ist ja das Problem. Aber müsste nicht nach deiner Theorie der Schwankung dann die Mannschaft, die jetzt eben zuletzt nicht so funktioniert hat, bei dem Spiel gegen Mainz wieder funktionieren oder kommen diese Schwankungen tatsächlich durch die Wechsel dann zustande? Also dadurch, dass man auf ein Spiel, was nicht so gut gelaufen ist, mit eben einer veränderten Mannschaft reagiert, weil das habe ich bei euch tatsächlich nicht so im Blick. Ja, also die Sache ist, ich glaube nicht, dass es mal das mit der Mannschaft zu tun hat, sondern eher mit der Ansprache von Kovac. Also Kovac hat es nach dem Augsburg-Spiel gesagt, ey Leute, was war das? Und dann kam prompt die Reaktion. Dann hast du, du hast auch nach der Niederlage, du hast auch gegen Hannover, dann hast du wieder reagiert nach der Niederlage gegen Stuttgart. Ich glaube, dass Kovac ein Problem mit dieser Mannschaft hat, weil er hatte... Die nehme ich euch übrigens übel. Was? Was nimmt ihr? Entschuldigung, die Niederlage gegen Stuttgart. Ja, bitte. Ich habe es auch so gestanden, die waren auch echt nicht gut, die Stuttgarter. Das ist halt echt manchmal nicht zu begreifen. Ja, normalerweise, also wenn es alles so weiterläuft wie bis jetzt, dann werden wir euch leider weghauen, weil dann wird die Mannschaft wieder voll da sein. Aber ja, ich habe einfach Angst, ich habe es in der Hinrunde schon immer gesagt, wir haben immer in der Hinrunde zu Hause verloren und haben es dann auswärts ausgebügelt. Du kannst dich ja da nicht drauf verlassen. Du kannst ja nicht immer denken, ach, das machen wir schon, weil irgendwann klappt es nämlich nicht. Und gerade, wenn es jetzt in die Crunch-Time der Saison geht, kannst du ein Heimspiel gegen Mainz, das ist ungemütlicher, als sich das auf den ersten Blick anhört, finde ich. Weil du natürlich eine Mannschaft hast, die weiß, worum es geht, die sich auch darauf vorbereitet, wie man die Eintracht bespielen kann. Ich bin da nicht so optimistisch, wie vielleicht der ein oder andere Eintracht-Fan. Hoffe aber das und vertraue auch Kovac da, dass er das weiß. Also Kovac ist, glaube ich, kein Armin Fee, der das mal in der Rotweinlaune so ein bisschen runterfallen lässt und sagt, das machen wir schon. Nee, ich glaube, Kovac weiß um die Brisanz und auch um die Wichtigkeit der Spiele. Weil unsere Saison entscheidet sich, glaube ich, in den Heimspielen. Wir haben jetzt noch euch zu Hause, wir haben die Hertha zu Hause, in der HSV zu Hause, Hoffenheim zu Hause. Das sind, glaube ich, die Spiele, bei denen sich das für uns entscheidet. Ob wir es da schaffen, so ein bisschen präsenter zu sein und einfach wirklich gegen Hannover war echt kein gutes Spiel, aber eigentlich mit das wichtigste Heimspiel, weil du gesehen hast, du kannst ein Heimspiel auch mal so gewinnen. Eckball, Kopfball, Lacosta, ciao, fertig. Du hast es über die Zeit gebracht, du hast keinen späten Ausgleich kassiert, und kriegst trotzdem drei Punkte. Und ich hoffe auf ein ähnliches Spiel gegen Mainz, weil ich glaube, dass ihr uns nicht so viel Raum bieten werdet, wie wir brauchen und dass ihr uns auch nicht wieder wahrscheinlich drei Tore schenken werdet. Also von daher, es wird, glaube ich, ein sehr enges Spiel und das Einzige, was ich tippen würde, wenn ich Geld setzen müsste, ist Untertore. Also ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass Kovac, auch wenn er sich darum sicherlich bemühen wird, das psychologisch in dem Fall echt nicht hingebogen bekommt, den Spielern zu vermitteln, dass die Mainzer nicht immer so auftreten wie im Pokal. Ich glaube, dass sowas manchmal, auch wenn du es vom Kopf her eigentlich weißt, dann trotzdem vom Gefühl irgendwie dich in so ein bisschen zu sicheres Gefühl steuert. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass es das ist, worüber die Mannschaft dann vielleicht stolpert am Samstag. Ja. Muss ich ja, also. Ich bin aber ansonsten... Gibt es denn aber Spieler, wo du sagst, okay, vor denen hast du jetzt Angst als Mainz-Fan? Bei euch? Ja. Oder bei uns selber, ob ich Angst davor habe, dass irgendwelche Spieler aufgestellt werden? Nein, nein. Ob es Eintrachtsspieler gibt, wo du sagst, oh, den müssen wir aber irgendwie, keine Ahnung, auf den musst du ja Mainz besonders achten? Nee, gar nicht mal. Also ich meine, natürlich weiß man um die Stärken, die die Mannschaft diese Saison in vielen Situationen auf den Platz bringt. Ich muss sagen, dass ich tatsächlich mittlerweile, also gerade wenn wir keine Parallelspiele haben, also wenn einer samstags irgendwie 15.30 spielt und der andere zu irgendeinem anderen Zeitpunkt und umgekehrt, dass ich mich dabei ertappe, dass ich die Frankfurter Spiele tatsächlich immer mal schaue, weil es, ja, Schlimmeres gibt. Das war früher sicherlich nicht so. Und ich finde es auch ganz interessant, dass du die Rolle von Boateng irgendwie so mit Papa und so vorhin beschrieben und angesprochen hast, weil also Boateng ist, glaube ich, so ein Spieler, wo viele sich diese Saison so ein bisschen wundern, was sie dem gegenüber also für ein positives Grundgefühl entwickeln. Also das wäre früher auch undenkbar gewesen. Und also ich finde halt so als Gesamtpaket, auch mit Kovac, ich finde den als Typ einfach großartig und dann also Fischer, hier euer Präsident, brauchen wir ja irgendwie gar nicht reden. Es war schon leichter, so seinen regionalen Hass auf die Eintracht irgendwie zu entwickeln als aktuell. Endlich ist es erst einmal abgefallen hier. Das war mir fast schon zu harmonisch. Scheiß Mainz. Grüße. Genau. Ja. Grüße. Gut, dann werde ich dir auf jeden Fall auch noch einen Tipp abbringen müssen für Samstag. Ja. 2-1 für Mainz. Ich tippe 1-0 für die Eintracht und wer mich kennt, weiß, dass das für mich sogar schon weit aus dem Fenster gelehnt ist. Ich probiere jetzt tatsächlich daran zu glauben. Unsere Hörer haben meine Achterbahnfahrten der letzten Wochen und Monate mitgekriegt. Ich probiere die jetzt so ein bisschen emotional zu brechen und zu denken, okay, ich bleibe jetzt trotz nach so einer Niederlage optimistisch. und ich hoffe, das hat keine Auswirkungen und die Mannschaft schafft das, weil ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Wenn ich die Eintracht neutral sehen würde jetzt, würde ich die, glaube ich, auch feiern. Also ich würde denken, okay, von den Mannschaften, die da vorne sind, sind die diejenigen, die überperformen und wahrscheinlich so diese sympathischen Underdogs, zumindest im Kampf um die Champions League. Und meine einzige Rechnung, die ich aber momentan noch im Kopf habe, sind diese sieben Punkte auf Platz 8, weil das für den Europapokal ausreichen wird und ja, es wäre echt ganz cool, wenn es bei den sieben Punkten bleiben würde am Wochenende, dann können wir ein bisschen entspannter nach Bremen fahren, weil dann kommen, ja, dann werden es auch immer weniger Spieltage, dann können selbst wir beide nicht sagen, dass das jetzt kein Endspiel mehr ist, sondern da kommen wirkliche Endspiele, dass so wirklich vier Spieltage, fünf Spieltage vor Schluss, ja, da werden, glaube ich, wirklich die Schafe gezählt und ja, es kommt immer näher und ich werde immer nervöser, man wird das doch heute ein bisschen gemerkt haben, ich bin, ich kann mich, bei meinen Eintracht-Gedanken generieren, mir fällt es viel leichter, einen Hass zu haben, da habe ich mich tausendmal drüber aufgeregt und weiß ganz genau, wie ich das strukturiert aufarbeiten kann, mittlerweile kann ich diesen Fußball gar nicht mehr greifen, weil das sind so enge Spiele immer bei der Eintracht, die Eintracht kommt in der Halbzeit aus der Kabine und du denkst, das ist eine ganz andere Mannschaft, du hast, die erste Halbzeit warst du sauer und dann bist du wieder so in der Euphorie und kriegst direkt, also das ist so, dieses Spiel in Dortmund hat die Saison von Eintracht ganz gut beschrieben, bleiben wird mit diesem späten Gegentor und dass wir dann kurz vor Schluss noch aus dem Europapokal-Ring rausfliegen, glaube ich jetzt aber nicht. Wir werden es sehen, also Mainz, wenn wir aber diese Ziele haben und das sage ich jetzt ohne uns respektlos zu meinen, müssen wir Mainz zu Hause weghauen, da hilft nichts, weil die Aufgaben werden glaube ich auch nicht leichter danach. Tut mir leid, ich habe ja gesagt, danach dürfte ich gerne alles gewinnen und Wolfsburg mit runterreißen. Glaubst du denn, ganz kurz, Ich kann das auch nur zurückgeben. Glaubst du denn, euch von unten der HSV nochmal durch den Trainer wechseln, dass die euch nochmal gefährlich werden könnten? Wir haben ja hier zu Hause die wunderbare Situation, dass ich so eingefleischte 05-Rin bin und mein Mann seit irgendwie 30 Jahren HSV-Fan ist. Insofern ist das ein bisschen schwierig. also mein Wunsch wäre, wenn ich es mir aussuchen dürfte, dann würde ich mich gerne noch auf den 15. Platz sichern, würde liebe Grüße an Becky und Co. bei den Wolfsburgern, es tut mir echt leid, Wolfsburg auf den 17. Platz verfrachten und den HSV nochmal durch die Relegation ziehen. Ich weiß, dass Fußball-Deutschland echt bereit dafür ist, diesen Verein loszuwerden, aber ich möchte ihn bitte noch ein bisschen behalten, weil echt, wenn wir in zwei verschiedenen Ligen spielen, dann können wir zu gar nichts mehr außer Fußball gucken und das kann auch keiner wollen. Ja, Grüße. Also das wäre so mein persönliches Wunschkonzert. Das ist gar nicht so weit weg von meinem. Meins wird dich jetzt ein bisschen treffen. Wenn es nach mir gehen würde, könnten Köln und der HSV sich retten und ihr und Wolfsburg geht noch direkt runter. Das tut mir sehr, sehr leid. Ja, aber ich muss auch an die Bundesliga denken. Ich bin jetzt im Karl-Heinz-Rummenig im Modus. Ich muss an die Bundesliga denken, weil ich hätte, wenn ich jetzt die, also wenn, ich weiß, dass jeder es fordert und Köln hat es wahrscheinlich auch jetzt mittlerweile verdient, auch wenn die viel Pech mit dem Videospiel zu starten und der HSV ist ja eigentlich gar nicht mehr ernst zu nehmen. Also du kannst ja, der HSV ist ja der Donald Trump der Bundesliga, dass du schon längst, du hast ja schon längst vergessen, was die sich am Anfang der Saison schon alles geleistet haben, weil jeden Tag was Neues dazukommt. Am Anfang der Saison stand die mal auf dem ersten Platz irgendwie nach ein paar Spieltagen. Doch ich. Dann wurden Rucksäcke dort vergessen, dann gibt es hier irgendwelche Diskussionen, jetzt haben die tatsächlich wieder den Trainer entlassen, was ich eigentlich sogar richtig finde. Ja, total. Also wenn sie mit dem Hollerbach werden sie hundertprozentig abgestiegen, also wenn sie noch eine Chance haben, dann jetzt durch den Wechsel, die hätten den Hollerbach, also das mag ein netter Typ sein und alles gar keine Frage, aber also das glaube ich nicht mal. Ja, okay, aber also das ging gar nicht. Felix Magath. Nee, auf jeden Fall. Ja, ich warne aber auch jeden, der sich jetzt schon freut, dass sie abgestiegen sind, weil wir hatten es ja gesagt, so spät ist es immer noch nicht in der Saison. Also das können die noch aufholen. Und wir wissen, dass wenn HSV... Da unten ist noch alles drin. Ich glaube das eben, weil ich glaube nämlich auch die Gefährlichkeit, du hast es angesprochen mit den Endspielen im negativen Sinne, ich glaube aber auch, dass es einen komischen Effekt haben kann, wenn du Endspiele im positiven Sinne gewinnst, weil du dann wie Stuttgart zum Beispiel als sie abgestiegen sind, denkst, okay, wir haben jetzt zwei Endspiele in Anführungszeichen gewonnen und dann denkst du schon eigentlich ist die Nummer durch und dann gerätst du aber gegen Ende nochmal rein und bist gar nicht vorbereitet wie zum Beispiel Mainz. Die die ganze Zeit jetzt schon wissen, dass sie im Abstiegskampf sind, kann es natürlich eine Mannschaft wie Freiburg plötzlich treffen, die dann irgendwie unglücklich zweimal hintereinander verlieren, Mainz gewinnt und spielt mir unentschieden, ja zack, bist du wieder hinten drin. Ja, wobei Freiburg ist da auch immer drauf eingestellt. Also ich glaube, Freiburg, die wissen, dass sie bis zum Schluss da unten reinrutschen können. Gut, war kein schlechtes Lass es vielleicht Hannover sein. Also Wolfsburg, lass es die Wolfsburger sein. Also die haben halt irgendwie nicht damit gerechnet, dass sie diese Saison wieder da so hängen. Und klar, also auch Mannschaften wie Stuttgart oder Bremen selbst jetzt mit dem Sieg gegen Köln, die sind auch noch nicht durch. Also es kann so viel passieren. Hab mal drei gute Spiele auf der einen Seite und drei schlechte auf der anderen. Also ich meine, brauche mit dir ja nicht über den Nichtaufstieg der Mainzer zu reden. Ich werde sicherlich also mich nicht abschließend äußern, bevor nicht überall abgepfiffen ist. Das hast du mir wieder. Zum Ende der Sendung hast du mir positive Dank gemacht. Ein Tor von Alexander Schur und ein Anschlussstreffer von Abdul Tia. Für mich immer noch, es tut mir leid, für mich herrliche Bilder, als die Mainzer dort mit dem Handy stehen und das Klop wegläuft und strutzt auf dem Boden sitzt. Tut mir leid, das ist, so ist der Fußball. Ich, wir hätten jetzt eigentlich die Kategorie der Dummschwätzer. Ich habe jetzt aber allerdings den tollen Jingle vom René nicht, deswegen werden wir das auf nächste Woche verschieben. Erlaube dir aber trotzdem, wenn du einen mit... Dabei hättest du diese Woche so viele... Nee, das meine ich, aber ich erlaube dir trotzdem inoffiziell, das machen wir jetzt unter uns, wir beide, wir können jetzt einfach unseren Dummschwätzer der Woche, wenn du einen mitgebracht hast. Sing doch den Jingle mal an. Rummenigge, Rummenigge, all night long, Rummenigge, danke, danke, danke sehr. Sehr schön. Ja, ich finde, die Dummschwätzer der Woche sind alle Leute, die intellektuell nicht in der Lage sind, das... Mertes Akademien zu lesen, gell? Genau, ja, unfassbar, echt. Das wäre auch meiner Geduld. Die Reaktionen darauf fassen einfach die Problematik, die er beschreibt, irgendwie so zusammen und die Leute merken es noch nicht mehr. Das ist geil, echt so ein bisschen verzweifelt diese Woche, ja. Das ist unfassbar, das gibt es ja in heutigen Debatten, nicht nur im Fußball, tatsächlich oft so, dass Sachen angesprochen werden und diejenigen, die sich dann darüber aufregen, genau das eigentlich bestätigen, was sie eigentlich entkräften wollen. Das ist unglaublich. Also ich habe auch Lothar Matthäus auf meiner Liste stehen für seine Aussage, dass er jetzt untragbar wäre, ein Jugendzentrum zu leisten. Ja, wobei ich Matthäus fast noch zu einfach finde, weil der Matthäus, der sagt halt das, was er irgendwie in der Situation so für geboten hält, ja, also der, das fand ich, es gab ja auf Spiegel Online einen Kommentar darüber, wo auch irgendwie drin stand, also Matthäus selbst hat in Interviews mit elf Freunden vor ein paar Jahren schon mal darüber gesprochen, wie unmenschlich dieser Druck oft ist und der hört halt WM 2006 und da hat jemand irgendwie dagegen gepinkelt und dann muss er jetzt gegen den pinkeln. Also ich glaube, bei dem ist das auch so ein sehr einfaches Schubladensystem so, also, aber es haben halt auch Leute, von denen man intelligentere Aussprüche irgendwie erwarten kann, diesen Mist von sich gegeben und wenn dann, ich höre, dass teilweise so Aussagen kommen, wie ja, mir wurden dann nur so zwei, drei irgendwie Auszüge hingehalten und ich sollte mich zu äußern, ja, dann muss ich halt vielleicht auch mal die Eier in der Hose haben, genau zu sagen, ey, sorry, ich meine, es geht um den Mertesacker, ist jetzt auch nicht so, als wären die sich noch nie über den Weg gelaufen, dass man dann vielleicht halt mal sagt, also da muss ich mir erst mal irgendwie ein umfassendes Bild von machen, gut hat natürlich heute keiner mehr die Zeit dazu, weil knips, knips weitergeschaltet, aber also das finde ich fast noch schlimmer, also das von dem Matthäus erwarte ich ja jetzt nicht, dass er sich da intelligent zu äußert, aber es sind dann immer die Leute, denen man es eigentlich zutraut, die einen da noch viel mehr enttäuschen, finde ich. Ja, das stimmt, ich habe auch den Fehler gemacht, viele in diesen Kommentarspalten zu lesen, zu den Artikeln, ich habe mir jetzt gestern diesen Artikel bei Spiegel auch nochmal gekauft, weil ich glaube, das ist auch wichtig, was wichtig in dieser Debatte ist, dass alle Leute, die darüber diskutieren, wirklich das ganze Ding lesen sollten, also die sollten, das war ja auch, haben die wenigstens, das war ja auch kein Interview, das war ja auch kein Interview, nee, eben, das ist immer schon das Geilste, wenn überall steht, ich habe dieses Interview gelesen, so, ja, sehr verdächtig, weil es war kein Interview, also ich meine, also das war, das war, ich fand das eigentlich einen ziemlich spannenden Artikel, also das war wirklich, die Situation sehr, sehr gut beschreibend und ich glaube, Mike Hanka hat es auch gesagt, dass, glaube ich, gar nicht wenige Spieler so denken und ich kann mir das sogar vorstellen, also wenn man diesmal im Alltag mit sich selber vergleicht, dann was für Kleinigkeiten man selber mal verzweifelt und wo jeder sagt, ja, jetzt mach doch nichts rum und wenn du als Fußballer wirklich diesen Druck hast, der ja tatsächlich wahrscheinlich in der Jugend schon anfängt, ich kenne das ja aus meiner Fußballsozialisation, die nicht weit ging, aber wenn wir gegen die Eintracht hier gespielt haben, ja, unsere Eltern haben vielleicht Kuchen mit zum Spiel gebracht und die anderen wurden nur ständig angeschrien, schon irgendwelche sieben, achtjährigen draußen und da kann man ja schon ablesen, in welche Richtung das geht und ich finde eigentlich gut, was er gesagt hat, ich war echt erschrocken, ich hätte, ich bin ja auf einiges vorbereitet, gerade in der heutigen öffentlichen Debatten, was man also, ich hätte aber gar nicht gedacht, dass es so um die Ohren fliegt, ich hätte gedacht, dass die, ja, der öffentliche Diskurs eigentlich in dem Thema zumindest schon weiter ist, dass man natürlich nicht, ja, dass man jetzt über den Himmel läuft, aber dass man zumindest wirklich sagt, okay, man muss über diese Aussagen ein bisschen reflektierter sprechen, aber das, ja, auch wenn, du sagst es, aber auch wenn es Matthäus ist, ich kann es trotzdem nicht akzeptieren, ich kann es nicht akzeptieren, weil ich dumm gelabere von ihm an anderer Stelle von mir aus, da macht er hier Daktik und was er alles labert, das Einzige, was dafür sorgt, dass ich bei Sky umschalte, aber dass er wirklich, ja, dass er so einen raushaut, das finde ich schon krass, ich finde es einfach, das zeigt so ein bisschen, ja, wie diese Fußballlandschaft tatsächlich auch funktioniert, wenn ich dann auch sehe, dass natürlich wieder dieser Reflex von Alfred Draxler kommt, der probiert ihn wieder unbeholfen zu verteidigen, das hat schon bei Frontsnet funktioniert, der Franz Beckenbauer, der hat nicht nur den Solheim Cup geholt, aber der muss, der Alfred Draxler ist ja auch eine Witzfigur, aber man darf trotzdem, dann sagt wieder jeder ja richtig, doch nicht über den Off, bla bla, aber man darf nicht verkennen, dass das trotzdem Stimmen im Fußball sind, die Gewicht haben. Ja, logisch, die Leute werden ja gehört, das ist das Schlimme daran. Und weißt du, was ich so verlogen finde, jedes Jahr, ja, vom irgendwie 7. bis 10. November werden hier so die 72 Enke-Gedenkstunden überall ausgerufen und mit, oh, vergesst Robert Enke nicht, was war das so schlimm damals, wir müssen uns alle ändern und dann, ja, sind die drei Tage rum und dann machen wieder alle irgendwie genau dasselbe wie vorher und hinterher und wenn aber tatsächlich aus einer aktuellen Situation heraus und ich meine, also auch, dass jetzt alle irgendwie so sagen, der Mertesacker, mi, 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 was der da rumheult, allein dieses Empfinden schon zu haben, dass der rumheult, finde ich irgendwie völlig falsch und dass er dann jetzt auch noch sagt, der erste Satz in dem Artikel ist. Genau. Es darf nicht weinerlich klingen. Leute, ich habe jetzt keinen Bock, ich bin mir bewusst der Situation. Aber es wird natürlich nicht transportiert dann. Nee, ach, das ist den Leuten ja egal. Und dass er aber sogar sagt, ich möchte das System von innen heraus ändern, ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass sich etwas ändert. Ich meine, also was Besseres gibt es doch eigentlich gar nicht, dass es irgendwie Leute gibt, die nicht in der Lage sind, da vor den Hut zu ziehen. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Aber ich meine, es passiert so viel gesellschaftlich aktuell, was man nicht nachvollziehen kann. Insofern passt es dann. Du hast es leider, du hast recht, das passt wirklich in, das ist, irgendwie hat man das Gefühl, das entgleitet auch einem selber geistig, so zu denken, hallo, hallo, macht mal langsam links und rechts. Genau. Es sind wieder Sachen erlaubt zu sagen, wo du denkst, was ist denn jetzt? Stopp, 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 ich habe das gar nicht mitgekriegt. Wie sich hier auch die ganzen Werte verändern und was man irgendwie, die Grenzen sich verschieben. Aber was ich nochmal zu Mertzacker sagen will, ich finde gerade diese Einstellung, die er hat oder was er auch selber erlebt hat, ist gerade für Jugendspieler, glaube ich, gut. Ja, eben, Weil du dann dadurch auch bessere, du kriegst ja bessere Spieler. Ja. Weil wenn du einen Spieler hast, der sich so beruhigt und so geerdet ist vielleicht und weiß, dass es nicht das Allerwichtigste auf der Welt ist, der spielt ja viel besser dann als jemand, der vom Spiel fast kotzt. Genau. Also ich verstehe gar nicht die Kritik. Nee, eben genau. Und es ist ja so, es gibt ja tatsächlich, also gerade in Deutschland bei einigen Bundesligisten und Mainz 05 gehört da tatsächlich dazu, gibt es ja schon richtig, richtig gut aufgestellte Nachwuchsleistungszentren, wo genau auf sowas geachtet wird. Ja, also wo eben genau das, was er auch angesprochen wird, dass man schaut, die Jungs müssen, die Schule steht im Fokus, die müssen irgendwie eine Alternative haben, falls es nicht funktioniert, weil es eben halt für die wenigsten funktioniert. Die müssen ein stabiles soziales Umfeld haben und so weiter. Also diese Arbeit wird in den Nachwuchsleistungszentren teilweise ja wirklich schon sehr gut gemacht, aber das ist halt eben nicht überall so. Und wenn Mertes Acker jetzt eben sagt, dass er da in England, so bei der Arsenal-Jugend, genau das halt eben anstreben möchte, dann finde ich das total perfekt. Also besser geht es doch nicht. Ja, ich gucke jetzt mal ganz kurz noch bei Twitter durch, ob es hier neue noch Dummschwätze gibt. Leider nicht. Alle Leute denken übrigens, dass diese Ausgabe hier ausgefallen ist. Ach so, weil es jetzt gerade nicht live mitläuft, ne? Genau. Nee, weil der René es auch vorhin so vertwittert hat, bevor wir auf die Idee kamen, das dann vielleicht einfach zu zweit zu machen. Habe ich gar nicht mitbekommen. Da war ich noch am Pizza essen. Ja, siehst du mal. Ja, ist doch hervorragend. Jetzt gucke ich mal. Ich habe hier, glaube ich, aber nichts mehr gefunden, was irgendwie... Der Rest wird dann nächstes Mal... Der René wird dann auch wieder... Empfehlen müssen wir noch. Ja, empfehle gerne was. Ja, du hast es ein bisschen gespoilert. Darf ich das schon spoilern, was du mir vorhin erzählt hast, oder ist es noch geheim? Ach so, nee, kannst du ruhig spoilern. Das wollte ich gar nicht empfehlen, aber das kannst du ja empfehlen. Du musst mir da allerdings helfen. Ich bin gar nicht jetzt im Bilde so überfordert. Wie heißt denn dein... Du hast ein Buch geschrieben. So fangen wir mal so an. Ja, das stimmt. Du hast tatsächlich ein Mainz-Krimi geschrieben. Genau, ja. Gab es auch in Frankfurt. Grüße an den Herren. Ja, das ist ein Krimi, der spielt im Umfeld von Mainz 05, wenn du so richtig alles verfolgt hast am Anfang. Der heißt Im Schatten der Arena. Ja, und da hast du mir verraten, dass du es tatsächlich geschafft hast. Und der Axel und der David und der Enzel werden sich mit mir jetzt freuen, dass Johannes der Clown und 93... Genau, ja, die haben einen kleinen Auftritt. Aber dazu verrate ich natürlich noch keine Details. Da applaudiere ich doch jetzt hier. Natürlich keine Details. Das ist ja eine Kauftrunde quasi. Ja, ab 11. Mai. Pünktlich zum Klassenerhalt. Ja, das wäre mir dann... Wie gesagt, da bin ich eigentlich neutral. Also wenn ich mich zwischen euch und Wolfsburg entscheiden dürfte, da habe ich ja schon gesagt, dürftet ihr es machen am 11. Mai. Das ist ein Freitag, oder was? Das wird aber... Ich weiß nicht, ob ich es dann direkt lesen kann, weil ich werde wahrscheinlich aufpassen müssen, dass ich mir die Finger nicht bis zum Handknochen runterknabbere, weil dann der letzte Spieltag ist Eintracht auf Schalke. Und wenn die beiden jetzt ähnlich in der Nähe sind jetzt noch und die Eintracht auf Schlagdistanz ist und die auf Schalke in die Champions League einziehen kann, weiß ich nicht, ob ich danach jemals wieder ein Buch lesen kann. Vielleicht muss ich mir dann das Hörbuch holen. Ja, oder du packst einfach die Jungs beider Podcasts ein und ihr kommt am 18. Mai nach Mainz, falls ihr euch das traut, und da lese ich es dann vor. Da komme ich wahrscheinlich gerade erst nach Hause, aber auf dem Rückweg werde ich das einrichten können. Ja, fein. Ich habe, glaube ich, was habe ich denn... Ich hätte normalerweise in der Marvin jetzt da, wäre hätte ich... Ich wollte auch noch was empfehlen. Ja, bitte. Was hattest du? Nee, sag du ruhig. Nee, ich hätte mit Marvin dann wahrscheinlich in der Marvin coole Wrestling-Empfehlungen gehabt, weil er, glaube ich, ein sehr emotionales Wrestling-Wochenende hatte. Ist aber nicht da und werden wir auf nächste Woche verschieben. Ich kann, glaube ich, was kann... Ich kann auf jeden Fall den Spiegelartikel empfehlen. Ich empfehle jedem, der zumindest sich dafür interessiert, was Mertensacker wirklich, wie die ganze Stimmung während dieses Gesprächs beschrieben wird von dem Autor, ich habe es... Autoren. Autor, was? Autoren. Autoren, sorry. Autoren. Ach so, ich habe das jetzt... Manchmal hast du hier kleine Aussetzer. Das ist ein bisschen egal. Nee, nicht ich, mein WLAN. Okay. Auf jeden Fall habe ich mir den... Bei Spiegel Plus habe ich mir die... Die 39 Cent hat man, glaube ich. Da sollte man zumindest mal die ganze Story ankommen. Ist sehr, sehr, sehr interessant. Kann ich jedem nur empfehlen. Ich werde das mal sehen, wie das hier in der Post-Production laufen wird. Dem René wahrscheinlich die Links schicken von den Sachen, die wir empfehlen. Weil du hattest auch noch was. Genau. Ich wollte noch empfehlen, es haben einige weibliche, fußballaffine Twitterinnen am Weltfrauentag angefangen, Accounts zu empfehlen von weiblichen Fußballfans und Fußballexperten. Und der Max Jakob Ost vom Rasenfunk hat dafür dankenswerterweise eine Liste angelegt. Die heißt Football has no gender. und im Sinne von noch mehr Frauen auch in dieses Thema rein. Also da findet ihr die Frauen, denen es sich zu folgen lohnt in Sachen Fußball. Ja, Grüße an der Stelle. Grüße. an alle Frauen und an den Max. Genau. Grüße auch an Markus Bark nochmal, den habe ich beim Eintrachtsspiel in Dortmund habe ich ihn getroffen, ihn und seinen Bruder. Sehr coole Typen. Aber das war mir ja schon bekannt. Ähm, ja. Ich hoffe ja immer, dass die Twitter-Leute mit T-Shirts ins Stadion gehen, wo vorne ihr Avatar drauf ist, damit man sie erkennt. Ich hoffe, und das werde ich am Donnerstag weiter ausführen, dass es beim beim Hasscup, beim TK Schland, ein ganzes Team von Blau-Weiß-Mittelstadt gibt. Das ist, glaube ich, auch mittlerweile gar nicht mehr so unrealistisch. Grüße an diese ganze Community. Ich weiß nicht, inwieweit du das verfolgt hast, als du bist selber Autorin. Da muss ich dir mal eine Frage stellen, kennst du den Autoren Heiko Lukas von Hattrick Elfmeter für die Liebe? Ist der bekannt in Autorenkreisen? Also ich kenne ihn nicht, aber das muss nicht heißen, dass er in Autorenkreisen nicht bekannt ist. Ich glaube, der ist tatsächlich nicht so bekannt. Er ist wahrscheinlich auch nicht mal ein richtiger Autor. Er hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet, aber wie ich will jetzt hier nicht zu 390 abschweifen, dazu am Donnerstag vielleicht mehr. Werden wir es wahrscheinlich schaffen. Und kleine Empfehlung, aber auch noch in eigener Sache werde ich nutzen. Ich bin mit der 390 Crew am Montag um 17.30 Uhr in der Bundesliga zu Gast. 93 Takeover 3 mittlerweile. Wir werden dort zu Gast sein und ja, schaltet mal ein, würde ich sagen. Mal gucken, was wir da, ich werde probieren auf jeden Fall, eigentlich fast nur mit dem Etienne über die Eintracht zu reden. Von daher kann ich es auch hier empfehlen. Ich hoffe sehr, tut mir leid, Mara, dass ich dort gut gelaunt auftauchen werde. Weil du weißt, dass ihr die Spiele nach dem Mainz-Spiel wieder gewinnen werdet. Das hoffe ich auch. Ich bin der Tätsel, der das weiß, aber ja, ich bedanke mich bei dir, dass du trotz dem Chaos jetzt bereit warst, mit mir allein hier aufzunehmen. Ich glaube, wir haben eine ziemlich kurzweilige, über eine Stunde haben wir es geschafft. Stimmt. Weil ich glaube, mit dir jemanden gefunden hat, der mindestens genauso gerne redet wie ich. Das ist für so ein Format immer sehr, sehr hilfreich. Deswegen vielen, vielen Dank. Gerne. Danke für die Einladung. Ja, liebe Hörer. Und ich probiere, ich weiß jetzt auch gar nicht, ob hier ein Outro kommt oder wie René das macht. Darum, darum. Wir sind wahrscheinlich dann, ich weiß gar nicht, ob ich nächste Woche dabei bin, weil ich ja in Hamburg bin, bei der Bundesliga, aber die anderen Jungs werden auf jeden Fall was an den Start bringen. Und dann werden wir das Mainz-Spiel besprechen und oder, wenn es in der Woche drauf ist, dann den Ausblick auf Bremen haben, weil es ist ja ungeliebte Länderspielpause. Deswegen kann ich, kenne ich den Schedule jetzt hier gar nicht. Aber wir werden auf jeden Fall wiederkommen, Leute. Geht alle ins Stadion am Samstag, feuert an in Dortmund, weil die stimmen echt gut. Ich hoffe, dass es langsam auch zu Hause wieder ein bisschen besser wird. Und ja, dann, wie sagt der René das denn immer? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Keine Ahnung. Macht's gut, Leute. Ciao. Hey! 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 That's gonna run for! Hey! 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 That's gotta run for! Ich wohne, ich wohne, ich wohne. Bis zum nächsten Mal.